Willkommen in der luxuriösen Welt von Avopui Wild Ginger. Avopui Wild Ginger ist eine Luxuslinie von John Palmage Systems und hier gilt für uns, Tradition trifft auf Technologie. Die Tradition ist unsere Avopui Wild Ginger Pflanze, welches durch Avopui Extrakten dem Haar mit viel Feuchtigkeit versorgt. Die Technologie ist das Keratin, welches aus neuseeländischer Schafswolle gewonnen wird. Das Keratin wirkt reparieren und gibt sogar starke Schäden im Haar wieder Lebendigkeit und Fülle zurück. In unserer Produktlinie haben wir insgesamt drei Kategorien. Die erste Kategorie ist Repair. Durch das Wirkstoffkomplex Keratriplex kann das Keratin sehr stark ins Haar eindringen, wirkt reparierend und die Avopui Extrakten geben dem Haar viel Feuchtigkeit. Dann haben wir Smooth. Smooth wirkt durch ihren Wirkstoffkomplex Cara Reflect und durch das Öl aus der abelsenischen Merkohl wirkt es auf das Haar glättend, beruhigend und feuchtigkeitsspendend. Dann haben wir als letzte Kategorie Style. Hier haben wir unsere High Performance Styling Produkte, welches dem Haar notwendige Feuchtigkeit gibt und dem Haar während dem Styling auch schützt. In dem nächsten Video gehe ich noch ein bisschen mehr auf die Produkte drauf ein. Also wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei und bis bald.